Tatsächlich hat der DAX das Ganze genutzt. Wir haben gestern darüber gesprochen. Hier oben gab es einen Shooting Star. Zumindest sieht es so halbwegs danach aus. Das, was wir hier oben im Balken-Chart oder noch besser im Kerzen-Chart sehen, ist ein Beispiel für einen Wendeanzeiger. Wenn wir sowas sehen, Tail auf der Oberseite, kleiner Körper und das Ganze nachher im Aufwärtstrend, ist das sehr häufig ein Zeichen dafür, dass der Markt dreht. Wer das gestern gesehen hat, wir haben es gestern angesprochen, wer es gestern Abend noch mitverfolgt hat und gesagt hat, Mensch, da kann ich doch vielleicht mit dem Future, mit dem CFD, was auch immer, hier nochmal ein bisschen aktiv werden, der hat aktuell den Lacher auf seiner Seite, denn der Markt geht relativ schnell nach unten. Und das bietet schon fast wieder die nächste schöne Trading-Situation, denn es deutet sich etwas an, was ich sehr schön finde, nämlich eine starke Bewegung. Und das meine ich jetzt nicht sarkastisch für all, die jetzt long sind. Ich bin jetzt nicht gegen die longen Freunde, die jetzt sagen, oh Gott, oh Gott, ich finde das nicht gut. Nein, mir geht es rein um die Chart-Technik, die dahinter steckt. Wenn ich so eine Bewegung sehe, bin ich erstmal zufrieden, denn die macht einen starken, einen sehr dynamischen Eindruck. Was ich jetzt bräuchte, wenn manch einer von euch erahnt ist, wäre eine Korrektur, sprich dreiwellig oder wackelig in die Gegenrichtung. Nicht zu viel, nicht zu wenig, das messen wir. Ich gucke das mal an hier. Wie gesagt, alles im Moment auf den Index gemessen. Von oben nach unten, in dem Fall höchster Punkt, tiefster Punkt. Und dann merken wir uns 61,8 ein bisschen drüber, 50, 38, 20 ein bisschen drunter. Da müsste das Ganze reingehen. Irgendwie so in die Richtung. Vielleicht auch nicht zu hektisch. Also ein bisschen rechts von dieser schrägen Linie. Das habe ich mir mal gemacht hier. Dann sehen wir, das ist der, manch ein Physiker würde sagen, Einfallwinkel gleich Ausfallwinkel. Gleiche Steigung sozusagen. Und wir wollen ja, dass es eher auf dieser Seite hier irgendwo stattfindet. Warum? Weil wir ja nicht wollen, dass die Korrektur noch hektischer ist als die Bewegung, die sich dahinter verbirgt. Also, wenn das Ganze passiert, zum Beispiel hier eine A gibt, eine B irgendwie eine C irgendwie noch hoch gibt, wir also dann da hinkommen in diesen Bereich. Oder wenn das vielleicht im Laufe der Zeit so aussieht, das werden wir vielleicht nicht mehr vor dem Wochenende, aber dann spätestens direkt nach dem Wochenende dann vielleicht sehen. Wenn das in der Form aussieht, dann haben wir eine ziemlich deutliche Unterscheidung zwischen der starken Seite, angenommen abwärts, und der schwachen Seite, angenommen aufwärts hier. Und dann bräuchten wir eigentlich nur noch das Ende dieser Bewegung. Und da kann man so als Daumenregel sich überlegen, das letzte Zwischentief, wenn das gebrochen ist, das wäre ein Short. Möglicherweise drohe ich hier am Montag mit einer Trading-Idee. Aktuell kann ich die noch nicht formulieren, denn ich weiß zwar ungefähr, wo der hin soll, aber da ich noch nicht weiß, wo das hoch ist und auch nicht die Zwischenbewegungen hier kenne auf dem Weg dahin, entschuldigt, kann ich noch nicht wissen, wo der Einstieg ist, weiß ich noch nicht, wo der Stopp ist, kann ich auch das Ziel noch nicht sagen. Ich habe zwar eine Idee, dass diese Bewegung, die wir vorne haben, es ist die erste Abwärtsbewegung, vorher kam der Kurs von unten, dass diese Bewegung sich nach hinten nochmal fortsetzt. Also damit habe ich eine grobe Idee, wo das landet. Bitte die Zahl bei 15.000 noch nicht so 100% genau nehmen, denn das hängt noch maßgeblich davon ab, wie hoch der wird. Wird der zum Beispiel höher gehen, dann geht natürlich auch der Startpunkt höher und damit das unten ein bisschen oder tiefer. Das sind alles nur jetzt grobe Ideen, damit ihr versteht, auf was ich jetzt achte. Das muss ich im Moment noch nicht so richtig wissen. Im Moment ist das Wesentliche mal, da brauche ich jetzt eine Korrektur, die, wie gesagt, entweder A, B, C aussehen könnte, irgendwie sowas in der Art, oder entsprechend eben mehrfach hin und her gehen mit Kursüberschneidungen idealerweise. Je mehr, desto besser. Dann bin ich mir nämlich relativ sicher, dass das viel schwächer ist als die starke. Naja, da sind wir uns wahrscheinlich relativ einig, dass das jetzt keine ganz schwache Bewegung ist, sondern schon eine mit einer hohen Dynamik, und dass sich das Ganze dann nach unten nochmal entwickelt. Also, der DAX hat vorläufig nach unten gedreht und für all die Unkenrufer, die jetzt sagen, ja, aber wie weit geht denn das? Die Bewegung, die wir jetzt hier haben, ist zumindest aktuell noch nur erstmal für so eine kleine Rücksetzerbewegung relevant. Also, das ist jetzt noch nicht die Ansage, dass es zwangsweise jetzt um hunderte oder vielleicht tausende Punkte geht, ja, hunderte schon, denn dann sind wir ja hier da bei diesen Zielen, die wir gesagt haben. Das kann also durchaus ein paar hundert Punkte eben sein, aber eben vielleicht auch nur ein paar hundert Punkte. Das sagt noch längst nicht, dass die von mir angesprochenen vorläufige Zielmarke so um die 14.000 oder knapp drunter da erreicht wird. Das kann dieses kleine Szenario nicht bieten, aber in dem Gesamtkonzert, ich habe es jetzt mehrmals ja in den letzten Wochen immer wieder erklärt, ist das Ende relativ realistisch und je weiter der hier runter geht, desto größer ist die Gefahr oder die Chance, je nachdem wie ihr es aufpasst, dass der Kurs das doch nochmal ein bisschen verlängert gegen Bewegung und nochmal nach unten geht. Und ihr seht schon, ich sage Gefahr oder die Chance, ich sehe das Ganze nicht besonders negativ. Denn abgesehen davon, wenn der Kurs jetzt auch hier durchfallen würde wie ein Stein, alles was bis dahin ist, hat eine sehr gute Chance, eine einfache Korrektur, eine einfache Erholung dieses Anstiegs zu sein und uns nachher mit viel Schwung neue, starke Aufwärtsbewegungen zu geben. Aber das ist zu früh, um jetzt das schon in dem Sinne wahrzunehmen, aus meiner Sicht zumindest mal. Das bräuchten wir vorher noch. Also ich bin jetzt mit dieser abwärts gerichteten Einstellung kurzzeitig vielleicht sehr gerne short. Ich habe euch eben gezeigt, wie das ungefähr aussehen muss, damit das funktioniert. Ihr könnt das im Eigenregie schon mal gucken oder eben warten, bis ich hier vielleicht dann entsprechend die für uns gültigen Marken da finde. Wenn die Situation nicht so schön aussieht, dann warte ich lieber, dann mache ich da lieber keinen Einstieg. Wenn es aber so ungefähr schön aussieht, wie ich das ihr mal angedeutet habe, das ist ja kein Muss, dass das passieren muss, dann bin ich sehr, sehr gerne da auf der Short-Seite mit dabei. Also ihr seht in etwa, so müsste das aussehen. Aktuell für heute würde ich jetzt sagen, würde mich das nicht wundern, wenn wir das Ganze wieder ein bisschen wettmachen. Wettmachen, da hat sich manch einer vielleicht auch erschrocken, das holen wir noch ein bisschen auf. Da sind wir aber ehrlich, der DAX macht heute nicht mehr so arg viel. Das wäre jetzt vielleicht die Aufgabe bis Montag. Also am Montag dann vorher passiert auch beim DAX nichts. Auch die machen Wochenende, aber dann im Nachgang eben die Geschichte. Und eigentlich aber aufgrund dieser starken Bewegung relativ realistisch, dass es eine Fortsetzung nach unten gibt. So, jetzt sagt man noch mal was Positives. Ist das denn sicher mit dieser Abwärtsseite? Nee, es gibt tatsächlich noch eine bullische Idee, die sich dahinter verbirgt. Jetzt wieder für unsere Profis, die Elliot-Wellenfreunde. Dass wir hier im Prinzip eine Abwärtsbewegung haben. Dass wir hier, eigentlich müsste man die wahrscheinlich sogar so zeichnen hier, dass wir hier die Abwärtsbewegung haben. Okay, dass wir hier eine Aufwärtsbewegung haben. Und hier nochmal eine starke Abwärtsbewegung. Stichwort Flat. Wer damit überhaupt nichts anfangen kann, der sollte vielleicht tatsächlich mein 8000er Video nochmal angucken. Da habe ich das ziemlich deutlich beschrieben, wie sowas aussieht. Wo das vorkommt, wie das vorkommt, wie relevant das ist. Die Größenordnung würde absolut passen. Das könnte eine Seitwärtskorrektur sein. Wenn das aber eine Korrektur ist, dann müsste es weiter nach oben gehen. So, und jetzt höre ich schon einige. Ah, der Klassiker. Es kann hochgehen, es kann runtergehen. Das stimmt natürlich, aber für mich als Händler kann ich auch klar erkennen, ob ich das in die eine oder in die andere Richtung handeln kann oder will. Ja, wie denn? Wenn du doch nicht weißt, ob es hoch oder runter geht. Also, ich kann euch in diesem Moment nicht sagen, ob dieses oder dieses die nächste Richtung wird. Ich kann euch aber genau sagen, wann ich meine Entscheidung fälle. Nämlich, wenn diese Bewegung tatsächlich so aussieht, wie ich es eben beschrieben habe, ist das mein Trigger für die Short-Seite mit Ziel hier auf der Unterseite. Wenn der Markt jetzt aber sagt, nice try, Rüdiger, aber das ist nicht unser Plan. Wir gehen jetzt irgendwie so nach oben. Dann wird früher oder später hier eine kleinere oder eine größere Korrektur hier irgendwann mal zwischendrin kommen. Diese hier. Und wenn ihr das seht, seid ihr inzwischen wahrscheinlich schon in der Lage zu sehen, das ist die stärkere, das ist die schwächere. Dann gehen wir long. Das heißt, auch wenn ich in diesem Moment nicht weiß, ob ich das oder das bekomme, weiß ich ziemlich klar, ich muss nur das hier beobachten. Und wenn, und das ist eine wichtige Voraussetzung, dass eines dieser Bilder einigermaßen klar darstellt, weiß ich, was ich zu tun habe. Ich weiß genau, an welcher Marke ich reingehe. Ich weiß genau, an welchen Marken ich stoppe hier oder die 78er. Und ich weiß genau, wie weit das geht. Nämlich das, was wir vorne haben, hinten. Plus x. Plus x ist immer Luxus. Das heißt, es kann ja deutlich mehr werden. Aber die Mindestbewegung ist das, womit ich typischerweise eben rechne. Das heißt, es ist weitaus weniger geraten. Ich muss das hier nur erkennen. Und für all diejenigen, die sagen, aber das sieht man ja nicht immer ganz deutlich. Völlig richtig. Und wenn ich das nicht hier erkennen kann, wenn ich nicht unterscheiden kann, ob hier dieses und dieses ist oder das andere, was ich gezeichnet habe, wackelig hoch und die Trigger Marke. Wenn ich das nicht unterscheiden kann, wackelig hier mit den Überschneidungen. Wackelig heißt immer mit Kursüberlappung. Hier seht ihr, die überschneiden sich nicht. An der Abwärtsseite überschneiden sie sich. Wenn ich das nicht unterscheiden kann, dann gucke ich ganz tapfer zu und sage, mocht ihr doch mal und ich komme später wieder dazu, wenn ihr wieder was Schönes hier hinzeichnet, was ich wieder auffassen kann. Wenn ihr das ein bisschen verstanden habt, wie Charttechniker da unterwegs sind, dann versteht ihr, dass Charttechniker überhaupt gar keine Prognose mehr. Ja, das geht jetzt da oder da. Ich finde dieses Abwärtsbild nach dem Riesenanstieg das eigentlich Bessere. Ja, aber wer bin ich denn, dass ich entscheide, ob es jetzt hoch oder runter geht? Das werden die Marktteilnehmer entscheiden. Ich kann nur in deren Gesichter gucken, sinnbildlich, und dann sagen, ja, die wollen es doch nicht anders. Ja, und das ist, in die Gesichter gucken ist natürlich immer schwer, aber das ist eine Möglichkeit zu sehen, in welche Richtung die eben aktuell unterwegs sind. So wisst ihr, warum Händler eigentlich ein stressfreies Leben haben. Viele glauben immer, Handeln ist Stress. Ich kann doch jetzt hier in dieser Situation nichts tun, solange er entweder hier Korrektiv hochgeht, dann sehe ich das. Dann kann ich das in aller Ruhe vorbereiten. Oder er steil hochgeht und wackelig dann runterkommt. Dann bereite ich das in aller Ruhe vor. Gucken wir kurz zu den Amerikanern. Wie sieht es da aus? Ich glaube, wir hatten hier irgendwie was gezeichnet. Genau, hier seht ihr noch, haben wir gesagt, guckt mal, das ist doch auch ein relativ starker Anstieg. Wackelig hier die Zwischenhochs. Er hat es aber hier nicht getriggert. Er hatte hier vorne was im Kleinen getriggert. Das ist ein bisschen vielleicht Sonderfall, weil es da keine Überschneidung gab. Aber auch da hätte man irgendwie nachziehen können. Allerdings auf fünf Minuten, das ist zu eng. Also möglicherweise hätte man hier plus, minus Null oder irgendwie was. Vielleicht auch eine rote Null, dass man noch ein bisschen was verloren hätte. Aber in irgendeiner Form nachziehen hätte man ja hier können. Aber der nächste Einstieg hier, der ist ausgeblieben. Das ist im Prinzip die gleiche Situation, das hatten wir gestern besprochen. Das sah gestern noch in etwa so aus. Und da habe ich gesagt, wenn er wackelig runterkommt, beziehungsweise ein bisschen hat er schon gewackelt, ich glaube bis dahin waren wir schon, dann habe ich gesagt, wenn er da durchgeht. Oder wenn er nochmal einen Zacken macht, dann da durchgeht. Das hat er nicht gemacht. Ich lag völlig falsch mit meiner Long-Überlegung. Ist aber völlig egal. Im Gegenteil, wenn ich gucke, sehe ich, dass hier stark abwärts wackelig hoch. Relativ stark abwärts wackelig hoch. Stark abwärts wackelig hoch. Also insofern hatte man zwischendurch, wenn man wirklich Einstiege gesucht hat, immer wieder die Chance, sagen wir mal, Folgetrades zu machen. Also zu gucken, solange die eine Seite stark ist und die andere eben hin und her mit Kursüberschneidung. Hier zum Beispiel das da. So lange ich solche Bewegungen da eben habe, warten wir es hier im Großen. Naja, das war eine Geschichte. In der Minute wird jetzt viel ausgeblendet, dann sieht man das Ganze nicht. Aber ihr seht schon ungefähr, wo das hinausläuft. Wenn ihr das seht, dann habt ihr so eine Orientierung. Und wenn das wie hier ist, dann dass man es nicht sieht. Also hier zum Beispiel sehe ich das nicht. Ich sehe zwar, dass es wackelig ist, das heißt, ich finde aufwärts besser, aber ich gehe an so einer Stelle nicht rein. Und wenn ihr jetzt sagt, schön blöd, er ist ja doch gestiegen, mach sein. Aber das ist das, wo ich dann sage, da gucke ich dann halt nur zu. Und wenn es wieder schön ist, mache ich es mit. Ich will es aber idealerweise bestmöglich. Sollte ich einen starken Schub, eine ABC in dem mittleren Bereich, Trigger hier und das, was vorne ist, das will ich hier hinten nochmal. Ihr seht das auf Minute. Ob man das auf Minute handeln muss, ist nochmal auf ein ganz anderes Blatt geschrieben. Ich will nur, dass ihr die Mechanik hinter dieser Geschichte versteht. Und kleiner Spoiler, das klappt nicht immer. Wenn ihr jetzt also sagt, ich habe aber schon Negativbeispiele erlebt. Ja, ich auch. Ja, und zwar zu Genüge. Das gehört mit dazu. Aber Chance-Risiko-Verhältnis und Trefferquote, also das Produkt, der Erwartungswert sozusagen für den Trade, ist auf jeden Fall positiv, wenn man sich da an die Regeln hält und nicht einfach sagt, ah, ich mache es jetzt trotzdem einfach mal. Aktuell muss man sagen, Abwärtsrichtungen hier auch bei den amerikanischen Märkten. Ich mache mal hier das Klär weg hier so ein bisschen. Also eher noch abwärts. Wobei ich sagen muss, noch ist der Nasdaq für mich nicht im Panikmodus, denn das, was wir hier haben, ist absolut noch, behe ich, bullisch zu werden. Aktuell sind wir an der unteren Trendlinie, hier im 4-Stunden-Chart. Er kann jetzt abprallen, er möchte es aber auch sehen, dass er hier Bock hat. Naja, es geht ja immerhin hoch. Wir sind hier 1, 2, 3, 4, 5, überlappungsfrei nach oben gegangen. Anschließend A, B, C. und wir sind wieder auf dem Weg nach oben. Ich muss allerdings sagen, wenn er so tief runterkommt, ihr denkt immer dran, was habe ich gesagt? In die blaue Kiste, die blaue Kiste, aber nicht mehr unter der 78, 6er. Also für mich war das kein Long mehr, vor allem nicht mit diesem Einstiegstrigger. Ich sage ja immer, wenn er da drunter geht, dann lieber nicht mehr, denn dann wird auch das Chance-Risiko-Verhältnis für diese Idee nicht mehr gut. Denn schön ist es, wenn er dann bis hierhin geht, hat er gemacht. Ich habe mit meiner Idee recht, aber der Einstieg hier reingehen, da Gewinne mitnehmen, im Verhältnis zu der Risikoweite, steht in keiner guten Relation. Also ihr seht, die Idee ist richtig, völlig richtig. Kann ich mich jetzt brüsten und sagen, siehst du, ist genau wieder aufgegangen. Aber das lohnt nicht. Macht das nicht, wenn das so ein extremes, schlechtes CRV ist. Also man so wenig nur gewinnen kann, bis zum Mindestziel, aber relativ viel riskieren muss dafür, lasst das lieber weg. Also ihr seht, das ist längst nicht immer optimal. Dann halt mal nicht. Dann macht man halt mal einen Trade in einem anderen Markt, wo das dann vielleicht optimal ist. Nichtsdestotrotz, wir haben eine gewisse Chance, dass wir hier zumindest ein bisschen nach oben gehen. Trendkanallinie ist für viele so ein Punkt. Außerdem haben wir hier noch so ein Zwischenhoch. Also eine realistische Chance, dass der Kurs hier abprallt, ist gegeben. Wenn sich das hier bestätigt, ist es immer umso besser. Der nächste Long-Einstieg wäre eigentlich erst diese Marke, das Zwischenhoch, was wir hier haben. Dann allerdings mit Erwartungshaltung, dass es irgendwo hier höher liegt. Das kann eben ein bisschen sein oder weiter. Für mich kein Einstieg mehr. Ihr erahnt es, Chance, Risiko ist doof. Mindestziel ist so viel. Stopp wäre so viel oder noch ein bisschen weiter. Das macht nicht so viel Spaß. Also Long-Seite finde ich jetzt im Moment auf diesen Zeitebenen nicht mehr so attraktiv. Auf Kleinen würde ich jederzeit noch die Long-Seite mitnehmen. Und wenn ihr meint, naja, aber vielleicht läuft es ja noch weiter, bin ich auch nicht dagegen, diese Position dann laufen zu lassen. Das geht natürlich allemal. Aber auf dem Kleinen würde ich den Einstieg suchen und nicht hier oben dann so ein weit entfernen. So, gibt es da noch irgendwie was zu sagen, was die Rücksetzergröße angeht? Wir hatten gestern mal gemessen oder von gestern oder vorgestern gemessen hier. Ich glaube, gestern war es sogar, wie groß dieser Rücksetzer hier sein darf, damit es ähnlich ist wie die. Wir sind also schon auf einer deutlich größeren Größe unterwegs. Also wir machen jetzt etwas neben der Spur, wenn ich das mit diesen Größen vergleiche. Es droht die Gefahr, dass tatsächlich der Kurs ähnlich wie DAX und DAO jetzt diese Abwärtsbewegung eben machen, auch wenn das beim S&P und beim Nasdaq ein bisschen anders aussieht. Aber abwärts könnte sich durchaus realistischerweise durchsetzen. Das suggerieren die Charts auf vielen verschiedenen Zeitebenen aktuell. Und durchaus auch viele bullische Aktien-Charts. Ich muss sagen, wir gucken ja ganz viele Aktien an. Das werden wir jetzt hier natürlich in diesem Beitrag jetzt nicht machen können. Beim Index-Update wäre es auch unpassend. Aber es gibt viele Aktien, die ich durchaus noch als Long-Aktien gut finde. Aber da müssten wir auf eine Korrektur warten. Ähnlich wie die, die wir beim DAX im Moment erwarten. Ähnlich wie die, die ihr hier ja immer noch seht beim Dow Jones. Also ich fände es gar nicht so absurd oder abwegig davon auszugehen, dass wir jetzt mal eine Pause haben. Es täte vielen Aktien gut und bürte dann eine Chance für einen Einstieg, wenn der Kurs dann entsprechende Trigger-Marken reißt. Aber dazu kriegt ihr natürlich von mir auch immer wieder Updates oder Hinweise. So, vom Wochenende. Denkt immer dran, mal gucken, wie stabil es noch bis zum Wochenende dann geht. Viele wollen Gewinnmitnahmen mitnehmen oder Gewinnmitnahmen machen, also Gewinne mitnehmen, die sie im Laufe der Zeit hatten. Jetzt allerdings ist es heute schon sehr weit runtergegangen. Also es ist sicherlich nicht untypisch, dass wir eine technische Gegenreaktion bis zum Börsenschluss dann vielleicht nochmal bekommen. Allerdings muss man sagen, wenn man ehrlich ist, der Dow Jones eiert seit Tagen nur nach rechts. Also ob man da Gewinnmitnahmen großartig hat, wenn dann höchstens auf dem kleinen Bild. In diesem Sinne, viel mehr kann ich hier leider nicht sagen. Wer sich jetzt erhofft hat, sagt mir doch mal eben Long oder Short. Im Moment würde ich sagen, ist die Long-Seite sicherlich nicht die schlechteste, zumal es hier auch beim Dow Jones eher wackelig im Moment nach unten geht. Allerdings meine Begeisterungsfähigkeit ist in Anbetracht der übergeordneten Seitwärts-Range, in der wir uns da gerade befinden und der nicht so sauberen Bewegung auch bei S&P und Nasdaq ein wenig limitiert. Insofern vielleicht etwas für einen frühen Start ins Wochenende. Euch jetzt erstmal alles Gute, liebe Grüße und bis zum nächsten Beitrag.